Hallo und herzlich willkommen zu Exzertour Passaltweg. Die Wanderung startet auf dem Feuerberg bei der Kissingerhütte und ja, jetzt nehme ich dich auch direkt mit zur herbstlichen Wanderung durch die Rhön. Sei gespannt! Wie gerade angekündigt, ging es an einem eher regnerischen Sonntagnachmittag im Herbst für eine Wanderung auf die Exzertour Passaltweg in der Rhön. Als Startpunkt der Wanderung dient eigentlich der Parkplatz an der Kissingerhütte. Allerdings habe ich den Parkplatz am Passaltsee unterhalb der Kissingerhütte genutzt. Auf dem Feuerberg und an der Kissingerhütte angelangt, ging es direkt auf die Exzertour Passaltweg. Doch bevor es richtig losging, habe ich noch einmal den Ausblick vom Feuerberg in Richtung Wasserkupe in den Kreuzberg genossen. Wie auf den Rhönrundwegen und den zahlreichen Exzertouren war diese auch wieder sehr gut beschildert und man kann sich zu 100% darauf verlassen. Eine kleine Anmerkung gilt es auch hier nochmal zu machen. Kurz vor dem Ziel musste ich leider aufgrund des Regens eine kleine Abkürzung nehmen, so dass die Tour etwa einen Kilometer kürzer wurde. Dennoch hat die Exzertour Passaltweg einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Die Exzertour hat zahlreiche Highlights und jeder Wanderer, jede Wanderin kommt auf seine und ihre Kosten. Zahlreiche Infotafeln auf der Wanderung ermöglichen es, dass man Input zur Umgebung erhält. Wege, die urwüchsig sind, geben der Exzertour einen abenteuerlichen Charakter. Auf der Wanderung erhält man zudem zahlreiche Weitsichten in die schwarzen Berge. Von der Kissingerhütte ging es zunächst in Richtung Löserhag und Oberbach. Auf dem Weg erlangt man immer wieder herrliche Panoramasichten und wandert auf fiesen Wegen sowie herrlichen Trails. Musik 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 Immer wieder wandert man auf der Exitatur zwischen alten Bäumen und an Basaltblockalden sowie dem Basalteinbruch Gebirgstein vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einem kurzen knackigen Anstieg durften wir dann den Ausblick nach Oberbach genießen. Musik Derzeit befinden wir uns im Naturparkreservat Löserhag. Der Löserhag wurde sich selbst überlassen und man kann dadurch die Urwüchsigkeit bestaunen. Im Naturwaldreservat Löserhag kann man gut Kraft tanken und sich für die weitere Wanderung stärken. Musik Die Exitatur Basaltweg ist sehr wichtig. Die Exitatur Basaltweg ist eine der anspruchsvolleren, aber auch schöneren Extra-Touren, die gleichzeitig sehr abwechslungsreich ist, Ausblicke bietet und immer wieder durch Waldwege führt. Ein kleiner Tipp, ein gutes Schuhwerk ist bei der Wanderung unerlässlich. Welche Schuhe ich anhatte, verlinke ich dir gerne in die Videobeschreibung. Auch die Rudel zur Wanderung verlinke ich dir dort. Musik Auf dem Rückweg wandern wir zwischen Feuerberg und Kreuzberg und können sowohl immer wieder auf den Kreuzberg und den Feuerberg blicken. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du weitere Eindrücke aus der Rhön und von den Extratoren haben möchtest, empfehle ich dir die passende Playlist. Diese verlinke ich dir hier. Wenn du auch in der Zukunft keine Extratur verpassen möchtest, folge mir gerne. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne auch noch ein Like da und kommentiere gerne, welche Extratur dir besonders gut gefallen hat. Ich freue mich sehr auf dein Feedback und nun sehen wir uns im nächsten Video. Bis die Tage.